Musik Der Mittwoch startet bewölkt bei milden Temperaturen. Die Höchstwerte von 12 Grad werden am Mittag erreicht. Die Wolkendecke hält sich den gesamten Tag über beständig. Im Lauf des Vormittags und am Nachmittag sind außerdem leicht die Regenschauer zu erwarten. Gegen Abend kühlt es etwas ab. Die Tiefstwerte des Tages liegen bei 5 Grad. In der Nacht liegen die Temperaturen dann zwischen 3 und 4 Grad. Zudem kann es zu Nebelbildung kommen. Am Freitag wechseln sich vormittags Sonne und Wolken ab. Bei Werten zwischen 3 und 12 Grad kann es ab dem Mittag immer wieder zu leichten Regenschauern kommen. Abends sind außerdem stärkere Böden zu erwarten. Am Samstag kühlt es ab und die Regenschauer vom Vortag gehen in Schnee über. Über den Tag verteilt bewegen sich die Temperaturen zwischen 1 und 5 Grad. Der Sonntag wird windig, vormittags und mittags schneit es. Das Thermometer bewegt sich zwischen minus 3 und 1 Grad.